Oh mein Gott, ich werde, ich werde so popular, I know about popular, okay, ich höre schon aus. I know about popular, ähm. Wer zum Teufel seid ihr denn? Woher habt ihr diese URL? Ey, es gibt nicht viele Fremde, die hiervon wissen. Ähm. Wir haben eine Frage für dich. Oho, du hast Potenzial, Junge. Nicht jeder kann seine Atmung an dir eines anderen angleichen. Und dann gibt es halt so einen kleinen Mini-Kampf, sag ich mal, wo auch jeder nur einmal drankommt. Und wenn die halt am Ende Ribs sind, dann kriegst du das Feld. Und wenn nicht, dann... Eigentlich ziemlich logisch, ne? Und es sieht sogar ziemlich gut aus, wenn jetzt Akimon den Rest macht. Reicht das? Komm schon! Ich bin enttäuscht von dir, Ackweil. Enttäuscht. Enttäuscht. So. Wartet, ich warte, ich bin schuld. Oh mein Gott. Ich habe etwas von dir von solchen Lufter gehabt. Und dann übernesse ich über Tiere nicht nur meinen Lieblingsfilm oder so. Nein, das ist voll, ey. So, Schluss jetzt mit dem Theater. Mein Gott. Aber hallo, jetzt sei lieb und erzähl uns die ganze Geschichte, ja? An deiner Stelle würde ich mich beeilen. Sonst dürfte unser Grünschnabel hier noch Amok. Hä? Fall nicht auf seinen süßen Blick rein. Der wird regelrecht zum zum Tier, sag ich dir, zum Bären wird der. Neulich erst habe ich so einen Trottel aus einem anderen Team angemacht. Und dann hat er ihn so richtig voll in seine... Mit einer Extra-Pause zum Spaß. Der ist irre, absolut irre, sag ich dir. Hat er ihm den... Ver... Mit dem... Du Papa. Es stimmt also, was man über stilles Wasser sagt. So dumm einfach. Wir blöffen. Mach einfach mit. Ach, Typen, wie die glauben eh alles. Jetzt mach halt einfach mit. Äh, äh, okay. Ja, schon verstanden. Ich red ja schon. Dann mach den Mund auf, aber Dali und hör auf mit dem Quatsch. Äh, 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 na schön. Schon vorstanden. Ähm. Ich hab ein... Was ist... Ich war grad verrückt in dem Lied, weil das wie Mercy klang und ich hier eine J-Po-Playlist laufen habe. Das ist Mercy auf Japanisch! Oh mein Gott! Sorry. Ist das geil. Und das Lied, das Dancing Queen. Das ist geil! Mein Jam, Leute! Ich hab grad nur so das Liebe im Hintergrund gehört und dachte ich mir, das kenne ich. Und dann dachte ich mir, das kann aber in Kano-J-Po-Playlist laufen, aber es ist, es ist geil. Ähm, ja, dann spiel doch einfach Overwatch. Und ja, vielleicht esse ich auch, bevor ich zu Kano, also bevor ich zum Bahnhof fahr und Kano holt, vielleicht auch noch was. Irgendwie hab ich auch Hunger. Ich hab zwar erst vor ne Stunde gekessen, aber ich hab schon wieder vergehört. Oh Mann. Warum bin ich so... Tschüss. Aqual! Was kannst du eigentlich? Jetzt mal ernsthaft! Jiffen. Jiffen und Kevin heißen. Das sind zwei wundervolle Hobbys. Lass uns mal zusammen machen. Also Kevin heißen. Ich bin nämlich jetzt ein Kevin um. Äh, Moment. Nein. Okay, Aqual, du kriegst jetzt nochmal eine Chance. Okay. Wenn du dir jetzt auch verkackst, dann... Okay. Du kannst doch was. Anscheinend ein bisschen zumindest. Du wirst du... Du warst stets bemüht! Sagen wir es einfach so. Er war stets bemüht. Wir kommen jetzt oft dran. Vielleicht können wir ihn killen. Wenn Cyberdramon vernünftig mitkämpft. Und nicht wieder so'n scheiß Buff macht! Ah. Okay. Komm, Aqual. Ich glaube nicht, dass du den letzten Schlag machen kannst. Und der... Cyberdramon ist so ein behindertes Stück Scheiß. Jetzt mal Real Talk. Like... Ich mach ganz viele tolle Felder, Mama, die nichts bringen! Mein Gott. Ja, bitte, Nino, was ist los? Und ich heiße immer noch Sido. Gar nichts. Also literally nothing. Also nicht mal reden. Oder wie? Ich kann ja nur checken und talken. Ich mein, ich hatte jetzt nicht vor zu kämpfen. Ich weiß schon, was dann passiert. Aber ich muss ja hier irgendwas machen. Ich mein, check wäre eigentlich nichts. Gottenheart. Punkt, 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 Punkt. Krass. Ah, angreifen und verfehlen. Alles klar. Gut. Das interessiert mich jetzt. Das zählt als Pazzi... Ah. Ja, ich möchte jetzt eigentlich einen Pazzi-Fisten-Run machen. Ja, ich hab mir halt gedacht, wenn Nino da ist, ist Undertale eigentlich ein gutes Spiel, weil er kennt sich da halt auch gut aus. Dummy looks like it's going to fall. Der Dummy wird umfallen. Wie lang muss ich das tun? Dummy steht rum. Das ist, das ist, das ist der spannendste Kampf, den ich in meinem Leben jemals gesehen habe, Leute. Das ist der Shit. Eine Ewigkeit später. Soll ich das jetzt echt die ganze Zeit so weitermachen? Ah. Dummy hat keine Lust mehr, deinen Attacken zuzugucken. Autoriel ist nicht begeistert. Nächster Raum wartet. Er hat einfach gar nichts zu diesem Kampf zu sagen. Wie geil. Oh, super. Nein, ich verstehe schon. Du werdest hier, du wirst, du werdest, du werdest, du werdest, du werdest, du werdest viel zu unglücklich hier unten. Die Ruinen sind sehr klein und sie sind sehr klein, sobald du sie immer ein bisschen besser kennst. I would not be right for you to grow up in a place... Ja, das stimmt. Max, bitte. Für dich, mein Kind, werde ich sie alle auf die Seite legen. Wenn du wirklich hier raus möchtest, dann werde ich dich nicht aufhalten. Wie auch immer. Wenn du mich verlässt, dann komm bitte niemals zurück. Ich hoffe, du verstehst das. Kann ich da nochmal hoch? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist so süß. Das ist so süß. Oh, sie hat mich umarmt. Oh. Ja, ja, sie ist noch da. Die Frage ist halt, wo? Ich denke mal nicht, dass sie hier in der Nähe ist, oder? Das können wir ja jetzt auch schon kurz suchen. So weit zurücklaufen? Na, nee. Nö, dafür bin ich dann doch jetzt zu faul. Oh. Hey. Was ist das vor dem Stein? Oh mein Gott. Ist das... Ja. Oh mein Gott. Sonst, ich hab's ja nicht geschafft. Andein wird. Oh mein Gott, ich werde... Ich werde so... Popular. I know about popular. Okay, ich hör schon. I know about popular. Ähm. Mensch. Du kommst hier nicht durch. You shall not pass. Ich, der große Papyrus, wird dich aufhalten. Ich werde dich fangen. Und dann wirst du zum Kapitol gebracht. Und dann... Dann wird dich Snow... Halt, Moment. Falscher Film. Ich weiß nicht, was als nächstes kommt. Aber auf jeden Fall... Continue only if you dare. Nee. Also, das hat gut funktioniert. Keine Sorge, Kind. Ich... Ich guck, ich guck, ich guck, dass es nicht passiert. Danke, Sans. Das ist super. Thanks, Snow. Ach, ja. Gut. Danke für den einen neuen Follow, den ich heute bekommen hab. Besser als nichts. Aber hey, wird schon no. Danke, Six, Sex. Ähm. Und ja. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Danke fürs Zuschauen. Ich kriege auch gerade irgendwie eine schlechtere. Ich habe auch gerade irgendwie ganz kurz Rot bei OBS gehabt. Das ist so, glaube ich, dieses Zeichen, dass ich jetzt... Ja, ich habe gerade irgendwie... Guck. Ich habe gerade Streamprobleme, wenn ich aufhören möchte. Das ist auch GG. Ja. Dann sage ich es einfach mal Tschüss, bevor es noch irgendwie leckt oder so. Bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.